Hey Leute, ich bin Sven. Wir versuchen uns heute im Brückenschuss. Vorne steht Muri, der wird den Ball nachher schlagen. Das ist kein Problem. Das Jungs fährt im Auto über der zweiten Kamera. Hinten steht auch schon Roman bereit. Roman, bist du fertig? Na klar, hau das Ding raus. Pass mal auf, Freunde. Jaaa! Das ist Roman! Das ist Roman! Das ist Roman! Das ist Roman! Nehmen!